Hallo, geliebte Seele! Was erwartet dich eigentlich bei dem Rauhnacht-Event? Nun, wir werden einige Vorbereitungen präsentieren können. Das heißt, es gibt ein Video, in dem du dich inspirieren lassen kannst, wie mit den Energien eigentlich gearbeitet werden kann, die während der Rauhnächte so ins Spiel kommen und ihren besonderen Stellenwert haben. Es wird aber auch Beiträge geben mit Interviews, mit Channelings, mit Vorträgen. Es gibt einen Beitrag über das Räuchern selbstverständlich und das Ganze, wie gesagt, beginnt mit dem 21.12. und dann von der Nacht zum 24. zum 25. haben wir ja die erste Rauhnacht. Das werden wir dann alles euch präsentieren können in den einzelnen Beiträgen und am Ende gibt es auch einen Ausblick darauf, Was erwartet uns in 2022? Eine Fülle von inspirierenden Beiträgen, um diese wundervolle Energie, die uns da in diesen heiligen Nächten erwartet, mit denen wir dann leben dürfen, auch zu nutzen für unser eigenes Wohl und das Wohl der Welt und für das Licht, das wir alle gemeinsam verbreiten dürfen. Melde dich jetzt kostenlos an unter www.raunacht-event.de. Unser Newsletter kommt dann regelmäßig zu dir an jedem Tag, um den es da geht und bringt dir die neuesten Informationen und Inspirationen und du hast Zugang zu diesen wundervollen Beiträgen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.